In diesem Tutorial lernst du alles, was du über SQL als Anfänger wissen musst. SQL oder auch SQL steht für Structured Query Language. Daten werden häufig in einer Tabellenstruktur gespeichert und mit dieser Abfragesprache können wir aus diesen Tabellen Daten abfragen. Wir können die Daten in diesen Tabellen auch verändern oder sogar komplett neue Tabellen erstellen. SQL ist dabei nicht irgendeine Sprache, sondern tatsächlich die Abfragesprache für das meistgenutzte Datenbanksystem überhaupt, und zwar die Relationale Datenbank. Das bedeutet, du wirst in diesem Kurs erst einmal lernen, was eine Relationale Datenbank ist. Anschließend lernst du, wie du mit SQL zu solch einer Datenbank neue Daten hinzufügen kannst. Du lernst, wie du die Daten abfragen und filtern kannst, wie du neue Tabellen erstellen kannst und wie du komplexe Abfragen erstellen kannst. Für dieses Tutorial musst du nichts installieren, sondern wir arbeiten hiermit. Eine grafische Oberfläche, wo du Daten aus einer Tabelle abfragen und anzeigen kannst. Und hier oben kannst du direkt dein SQL-Code eingeben. Aber zunächst erstmal, was ist überhaupt eine Relationale Datenbank? Stell dir einfach solch eine Tabelle vor. Du hast einen Laden und hast natürlich auch Kunden. Und selbstverständlich führst du auch eine Kartei über diese Kunden. Gerade bei solchen Kundendaten macht es natürlich Sinn, diese Daten in Tabellenform abzuspeichern. Das heißt, jeder Kunde bei dir hat eine Nummer, eine sogenannte Customer-ID, einen Namen, einen Kontaktnamen vielleicht noch, an den etwas geliefert wird, eine Adresse, eine Stadt, eine Postleitzahl und natürlich ein Land. Nehmen wir mal an, du hast ein Warenhaus, dann hast du natürlich viele Kunden. Und dementsprechend hast du natürlich auch sehr viele Daten in solch einer Tabelle. Normalerweise hast du natürlich nicht nur eine Tabelle, sondern mehrere, beispielsweise auch noch für deine Bestellungen. Das hier wäre jetzt die untere Tabelle. In der unteren Tabelle siehst du also ebenfalls eine Bestellnummer, die sogenannte Order-ID, dann die Customer-ID, was die jeweilige Kundennummer ist, welcher Mitarbeiter das Ganze bearbeitet hat in der Employee-ID, dann noch das Datum, wann das Ganze bestellt wurde und dann noch eine sogenannte Shipper-ID, die der Person zuzuordnen ist, die das Ganze versendet hat. Wie du schon siehst, ist die Customer-ID jetzt bei der ersten Bestellung 2 und bei unserer Person oben gibt es ebenfalls eine Customer-ID 2. Und du möchtest jetzt vielleicht die Bestellung herausfinden, die dieser Kunde gemacht hat. Oder du möchtest zu der jeweiligen Bestellung herausfinden, welcher Kunde denn jetzt hinter der Customer-ID 2 steckt. Du musst also eine Relation zwischen der Tabelle Orders und der Tabelle Customers herstellen. Du brauchst Daten aus beiden Tabellen. Und genau das kannst du mit SQL machen. Du kannst dir Daten aus beliebig vielen Tabellen raussaugen und diese beliebig kombinieren, um verschiedene Sachen herauszufinden. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise in einem Warenhaus arbeitest, dann existieren dort in der Realität natürlich nicht zwei Tabellen, sondern ganz, ganz viele. Über die Mitarbeiter, über die Versender, die die Ware versenden und noch deutlich mehr. Und wenn dein Chef jetzt zu dir kommt und sagt, hey, wir brauchen alle Bestellungen, die 1996 in Berlin getätigt wurden, dann kannst du solch eine Abfrage mithilfe von SQL erledigen. SQL oder auch SQL genannt ist also eine Sprache, um aus relationalen Datenbanken verschiedene Daten abzufragen. Im ersten Abschnitt schauen wir uns erst einmal unser Interface an und versuchen dann ein paar Daten zu unserer Tabelle hinzuzufügen. Wir sehen also diese Oberfläche hier. Das Ganze ist natürlich auch verlinkt in der YouTube-Beschreibung. Da kannst du einfach auf den Link drücken und dann siehst du diese Oberfläche hier. Und hier steht jetzt schon so ein bisschen SQL-Code drin und rechts an der Seite sind einige Test-Datenbanken, die wir verwenden können. Die Datenbank, die du eben schon gesehen hast, war die Customer-Datenbank und die Orders-Datenbank. Wenn du hier draufdrückst, dann siehst du auch immer gleich, was in dieser Datenbank gespeichert ist. Das liegt daran, dass sobald du hier draufdrückst, automatisch dieser Code hier ausgeführt wird. Und das ist auch schon der einfachste Code, den man in SQL machen kann. Select, also auswählen. Dann neues Wort Stern, was so viel bedeutet wie alles. Dann from, also wovon wir das auswählen wollen. Und dann in diesen eckigen Klammern, das brauchen wir sogar gar nicht, die kann man wegnehmen, Customers. Also die Tabelle. Das bedeutet, wenn wir diesen Code hier ausführen, dann kommen wir hier unten, wie wir sehen, an diese Tabelle. Wir wählen alle Daten aus unserer Tabelle Customers. Wenn ich jetzt statt Customers hier beispielsweise Products schreibe, dann kann ich auf diese Produkte-Tabelle hier rechts unten zugreifen. Führen wir das Ganze mal aus und wir sehen nun hier ganz genau, was für eine Produkt-ID wir haben, was für ein Produkt, also hier Chairs. Dann was für eine Supplier-ID, Category-ID wir haben und natürlich auch noch die Unit und der Preis. Damit haben wir jetzt alle Informationen, die in dieser Tabelle vorhanden sind. Wir können uns in diesem Interface hier komplett austoben. Wir können Daten löschen aus den Tabellen. Wir können Daten hinzufügen. Wir können Daten manipulieren. Und wenn wir alles kaputt gemacht haben oder zu unserer Ausgangssituation zurückkehren wollen, dann können wir hier rechts unten einfach auf Restore Database drücken. Und anschließend ist alles wieder da, wo wir ganz am Anfang waren. Das heißt, wir haben hier also die perfekte Umgebung, um einfach mal alles auszuprobieren, was wir so ausprobieren wollen. Wenn ich nun beispielsweise einen neuen Mitarbeiter hinzufügen möchte, dann klicke ich auf diese Tabelle Employees. Hier haben wir aktuell zehn Mitarbeiter. Und ich möchte nun einen elften Mitarbeiter hinzufügen. Und diesen elften Mitarbeiter füge ich hinzu, indem ich hier oben einen SQL-Code eingebe. Das heißt, wir müssen nun Quellcode schreiben und können natürlich nicht einfach hier auf so ein Plus oder sowas drücken, um diese Daten hinzuzufügen. Dafür schreibe ich jetzt den Code insert into, um zu sagen, dass ich etwas einfügen möchte. Nun sage ich, in welche von meinen ganzen Tabellen ich hier etwas einfügen möchte. Ich möchte in die Employees-Tabelle etwas reinfügen. Also schreibe ich insert into Employees. Übrigens, in den meisten Datenbanksystemen da draußen ist es egal, ob du die Befehle groß oder klein schreibst. Allgemein werden die Befehle sehr ähnlich geschrieben. Je nachdem, welches Datenbanksystem du benutzt, kann es allerdings sein, dass der eine oder andere Befehl mal minimal unterschiedlich geschrieben wird. Allgemein ist es aber egal, ob du jetzt Microsoft SQL-Server benutzt, ob du Oracle DB benutzt, MySQL, Postgres, Maria DB oder was es sonst noch alles gibt. Es gibt sehr viele Datenbanksysteme, die mit SQL funktionieren. In den meisten Datenbanksystemen hat es sich eingebürgert, dass wir die SQL-Befehle, also sowas wie insert und into immer groß schreiben und alles, was immer anders ist, klein schreiben und nur mit dem ersten Buchstaben zum Beispiel groß, sowie Employees. Nachdem wir also gesagt haben, in welche Tabelle wir etwas einfügen wollen, müssen wir jetzt noch sagen, was wir in diese Tabelle einfügen wollen und wohin wir das Ganze einfügen wollen. Wir sagen als erstes, in welche Spalten wir das Ganze einfügen wollen. Wir wollen in Employee-ID etwas einfügen, also schreiben wir so eine runde Klammer auf und dann den Namen der ersten Spalte. Dann ein Komma, Namen der nächsten Spalte, ein Komma, Name der nächsten Spalte und immer so weiter. Das machen wir jetzt für alle Spalten, weil wir wollen ja in alle Spalten Werte einfügen. Unser Mitarbeiter sollte alle Werte hier befüllt haben. Und sobald wir fertig sind, machen wir wieder eine Klammer zu. So sieht das Ganze jetzt aus. Nun müssen wir natürlich noch sagen, welche Werte wir für diese ganzen Spalten einfügen wollen. Deswegen schreiben wir jetzt als nächstes Values. Das Ganze muss nicht in eine neue Zeile geschrieben werden, aber ich finde, das Ganze kann man so ein bisschen besser lesen. Und hier schreiben wir nun wieder eine Klammer auf und eine Klammer zu und schreiben in diese Klammer nun in Anführungszeichen wieder mit Komma getrennt, was wir denn hier reinschreiben wollen. Beispielsweise als Mitarbeiter-ID nehmen wir mal die 11, dann nehme ich als Nachnamen Ergin, als Vornamen Yunus, dann nehme ich als Geburtsdatum mein Geburtsdatum, also 1991 10-03. Ein Foto habe ich nicht, da schreibe ich jetzt einfach mal irgendwas rein. Jetzt habe ich halt das gleiche Bild, was auch der erste Mitarbeiter hat und dann noch ein paar Notizen. Hier schreibe ich irgendwie nur Hallo Welt, ich lerne SQL. Und nun führen wir das Ganze einfach mal aus und gucken, was passiert. Hier unten steht jetzt einfach nur bei Result, you have made changes to the database, Rose affected 1. Was mit anderen Worten bedeutet, wir haben Änderungen an unserer Datenbank vorgenommen und wir haben genau eine Reihe verändert. Und zwar die Reihe, die wir jetzt neu eingefügt haben. Wenn wir jetzt unsere Tabelle angucken wollen, dann schreiben wir hier einfach wieder Select, Stern, From und den Namen unserer Datenbank, die wir gerade verändert haben, Employees. Alternativ könnte ich hier auch rechts einfach draufklicken. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann sehen wir, dass unsere gesamte Tabelle hier wieder angezeigt wird. Und wie wir sehen, hat unsere Tabelle jetzt einen weiteren Eintrag. Und zwar den Eintrag mit der Employee-ID 11 und dort habe ich jetzt mich reingeschmuggelt als weiteren Mitarbeiter. Und genau so kannst du verschiedene neue Werte zu einer Tabelle mit SQL hinzufügen. Wenn du das Ganze jetzt üben möchtest, empfehle ich dir einfach ein, zwei andere Tabellen zu nehmen und einfach mal selber weitere Daten hinzuzufügen. Dadurch kannst du überprüfen, ob du das Ganze verstanden hast und ob du diesen Befehl auch anwenden kannst. Weil zugucken kann jeder ausprobieren. Da merkt man dann häufiger mal, dass man doch einen kleinen Fehler gemacht hat oder sich irgendwie vertippt oder vielleicht doch noch nicht das Ganze anwenden kann. Wenn das der Fall ist, dann scroll einfach ein, zwei Minuten zurück und guck dir nochmal an, wie ich das Ganze einfüge. Ansonsten beschäftigen wir uns jetzt damit, wie wir denn einzelne Werte aus unserer Tabelle abfragen können. Nachdem wir im letzten Abschnitt einen neuen Eintrag zu unserer Tabelle hinzugefügt haben, wollen wir im jetzigen Abschnitt natürlich unsere Daten abfragen. Das heißt, wir haben ja hier verschiedene Tabellen und wollen nun aus diesen verschiedenen Tabellen Daten abfragen. Stellen wir uns mal vor, wir haben die Tabelle Customers. Ja, das steht hier häufig schon standardmäßig drin, so wie bei mir jetzt gerade und dort wollen wir nun unsere Daten abfragen. Dann steht hier dieser Befehl hier schon standardmäßig drin. Ich lösche jetzt mal die untere Zeile und wir führen erstmal nur die obere Zeile aus. Hier steht Select Stern from Customers. Also wähle aus, Stern steht für alles, from steht wovon wir das Ganze auswählen wollen und die Tabelle heißt Customers. Also wir wählen alles aus, aus der Tabelle Customers. Und das Ergebnis wird ja auch gleich hier unten angezeigt. Alle Einträge aus unserer Tabelle Customers. Ich könnte jetzt hier oben beispielsweise auch eintragen Select Stern from Orders und dann würde ich aus der Tabelle Orders alles abfragen. Also alle 196 Einträge, die es hier in den Bestellungen gibt. Orders ist jetzt nicht besonders interessant. Wir könnten hier auch beispielsweise Categories eintragen, dann würden wir alle Kategorien bekommen. Eben stand hier standardmäßig jetzt noch eine weitere Zeile drin. Und zwar Order By. Order By heißt einfach Sortiere nach. Also wir können diese Tabelle jetzt anhand von einem Feld sortieren. Wenn wir sie beispielsweise anhand des Feldes Category Name, also nach dem Namen der Kategorie sortieren wollen, dann schreiben wir hier einfach Order By Category Name und führen das Ganze mal aus. Und sehen, dass hier nun beispielsweise Beverages, also ein Wort mit B als erstes steht, dann Wörter mit C, dann mit D und immer so weiter. Also wir haben jetzt unsere Tabelle anhand des Feldes Category Name alphabetisch sortiert. Hier können wir nun auch andere Felder reinschreiben. Beispielsweise Description. Dann würden wir unsere Tabelle anhand der Beschreibung hier rechts sortieren. Außerdem stand hier noch ein komisches Wort und zwar dieses A, S, C. Wenn wir das dahinter tun, dann ändert sich gar nichts. Das heißt einfach, dass wir es in Ascending Order sortieren wollen. Ascending Order steht für aufsteigende Reihenfolge. Und genau das Ganze machen wir auch hier. Die Reihenfolge ist aufsteigend. Wir könnten sie auch absteigend machen. Dafür würden wir hier D, E, S, C schreiben. Geben wir das Ganze einmal ein und nun ist die Reihenfolge genau andersrum. Weil Descending Order steht für absteigende Reihenfolge. Also je nachdem, ob du hier ASC reinschreibst und das Ganze ausführst oder DESC reinschreibst, hast du die Tabelle entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung sortiert. Wenn du gar nichts reinschreibst, dann ist es genauso, wie wenn du ASC reinschreiben würdest. Also ganz normal in die Standardrichtung, alphabetisch sortiert. Jetzt denkst du wahrscheinlich, okay, schon ganz cool, aber kann man mit SQL denn nicht noch mehr machen? Und ja, das ist natürlich möglich. Du kannst unglaublich viele verschiedene Abfragen mit SQL erstellen. Beispielsweise kannst du, wenn du hier alle möglichen Kunden hast, nur die Einträge aus der Stadt Berlin abfragen. Das Ganze kannst du machen, indem du natürlich so wie hier oben wieder schreibst, Select Stern from Customers. Allerdings kannst du hier hinter nun ein sogenanntes Where Keyboard einfügen. Und dieses Where Keyword bedeutet, dass du nun eine Einschränkung machen könntest. Du kannst beispielsweise sagen, Where City, also das Feld, was hier rechts unten ist, gleich in Anführungszeichen Berlin. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann kriegen wir nur die Einträge, wo die Stadt Berlin ist. Wenn ich hier jetzt beispielsweise Madrid eingebe und das Ganze ausführe, sehen wir, dass wir gleich drei Einträge haben, weil drei Kunden kommen aus der Stadt Madrid. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, wir wollen alle Kunden haben, die in Stadt A leben oder die in Stadt B leben. Das heißt zum Beispiel entweder in Madrid oder in Berlin. Dann kann man das Ganze so machen. Man schreibt in und schreibt es hier sowohl Madrid in Anführungszeichen in diese Klammern, als auch zum Beispiel Berlin. Das hier ist jetzt einfach eine Liste von verschiedenen Einträgen. Das definiert man so, runde Klammer auf, ganz am Ende runde Klammer zu und dann in Anführungszeichen immer die jeweiligen Begriffe aus dieser Liste. Und das Ganze ist dann mit einem Komma getrennt. Und wir wollen nun alle Einträge aus unserer Tabelle haben, wo die Stadt entweder Madrid ist oder Berlin. Führen wir das Ganze mal aus. Jetzt hat sich unser Eintrag natürlich hier um eins erweitert. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, wir wollen alle Felder haben aus unserer Tabelle, wo der Contact Name mit Maria beginnt. Ja, also wir wollen nicht das ganze Feld haben, sondern nur einen Teil von dem Text, der hier drin steht. Das heißt, ich schreibe jetzt nicht where Contact Name gleich in Anführungszeichen Maria, weil das würde nicht funktionieren. Da gibt es kein Ergebnis für, wie da unten steht. Stattdessen kann man schreiben where Contact Name like Maria und hier hinter kommt nun ein Prozentzeichen. Das bedeutet, dass der Text mit Maria anfängt und danach ein beliebiger Text kommt. Wenn ich das Ganze ausfülle, dann sehen wir, dass hier zwei Marias rauskommen. Maria Anders aus Berlin und Maria Larsson aus Brecke in Schweden. Ich könnte jetzt auch beispielsweise nur alle Kontakte mir holen, die mit M anfangen, indem ich hier einfach M Prozent schreibe. Und das sind dann natürlich einige mehr. Ja, oder beispielsweise mit A und da kann ich echt beliebig viel filtern. Und das Ganze ist dann schon ziemlich, ziemlich hilfreich. Beispielsweise, wenn wir alle Leute haben wollen, die mit einer Postleitzahl anfangen. Das Ganze kannst du jetzt einmal als Übung anfangen. Versuch mal alle Leute herauszufinden, wo die Postleitzahl mit Null beginnt. Hast du gemacht? Okay, wenn nicht, dann machen wir das Ganze gemeinsam. Ich gebe jetzt hier in das where einfach mal Postlecode ein und sage, dass ich hier mit einer Null anfangen möchte. Und nun haben wir alle Postleitzahlen, wo das Ganze mit Null anfängt. Allerdings befinden sich diese Postleitzahlen in Mexiko, in Brasilien, in Spanien, in Deutschland, überall. Und das Ganze kann natürlich so nicht stimmen. Ja, das muss man in der Realität wahrscheinlich nicht so häufig machen. Deswegen können wir das Ganze jetzt auch kombinieren und können sagen, wo der Postcode mit Null anfängt und gleichzeitig das Land Mexiko zum Beispiel ist. Das Ganze machen wir jetzt einmal. Und du kannst ja einmal kurz das Video nochmal anhalten und einmal experimentieren, wie man das Ganze machen könnte. Ansonsten machen wir das Ganze jetzt gemeinsam und zwar kann ich hier hinter einfach schreiben and country gleich und hier schreibe ich jetzt rein Mexiko. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann haben wir zwei Abfragen miteinander verbunden. Und man merkt schon, das Ganze liest sich an sich genauso wie Englisch. Wir wollen alle Einträge aus Customers haben, wo der Postlecode mit Null anfängt, also so wie Null irgendwas ist und wo das Land gleich Mexiko ist. Und das Ganze haben wir hier wunderbar abgefragt. Und das Ganze kann man natürlich beliebig kombinieren. Vielleicht wollen wir jetzt nur Leute haben, die in einer gewissen Adresse in Mexiko leben und beispielsweise Anna heißen. Dann würde ich hier jetzt Anna schreiben und als Contact Name natürlich hier den Kontaktnamen. Wenn man sich übrigens verschreibt, ja, wenn man hier jetzt irgendein Feld reinschreibt, was nicht ganz richtig ist und wir das Ganze ausfüllen, dann bekommt man solch eine Fehlermeldung. Vielleicht hast du die schon das ein oder andere Mal jetzt gesehen, wenn du das Tutorial nachgemacht hast. Diese Fehlermeldung bedeutet überhaupt nichts Schlimmes. Ja, man muss sie einfach nur richtig lesen. Und hier steht nun, could not prepare a statement. Also er konnte dieses Statement, was wir hier reingeschrieben haben, nicht ausführen. Und dann steht hier noch eins, no such column. Also es gibt nicht so eine Spalte. Und dann steht hier auch der Name der Spalte. Contact, A, A, S und so weiter gibt es nicht. Ja, steht hier ganz klar. Also einfach diese Fehlermeldung lesen, wenn man die sieht und nicht gleich verzweifeln und denken, oh nein, eine komische Fehlermeldung. Das passiert sehr häufig, ist aber meistens überhaupt nicht schlimm. Und wenn du diese Fehlermeldung nicht verstehst, ist das auch gar kein Problem. Dann macht man folgenden Trick. Man kopiert sich den Teil der Fehlermeldung, der wahrscheinlich immer gleich ist. Das hier ist wahrscheinlich immer anders, aber das hier oben ist wahrscheinlich immer gleich. Deswegen kopiere ich mir den Teil, füge das Ganze bei Google ein und dann sehe ich hier direkt auf Stack Overflow das erste Ergebnis, was wahrscheinlich meine Fehlermeldung beschreibt. Hier schreibt jemand, okay, das ist mein SQL-Code, der ist schon mal ein bisschen komplexer noch als das, was wir hier machen. Und wenn ich hier runter gucke, dann gibt es hier auch jemanden, der mir diese Frage beantwortet und sagt, wie man das Problem wahrscheinlich lösen kann. Ja, und so etwas hilft auch häufig weiter. Ja, wenn es nicht weiterhilft, dann kann man auch einfach weiterlesen und den nächsten Eintrag, den nächsten Eintrag oder auch noch ein, zwei Google-Ergebnisse weiter. Aber gerade bei so Anfängersachen, wo man jetzt gerade anfängt, findet man sehr, sehr häufig so den Fehler, wenn man selber nicht darauf kommt, was so eine Fehlermeldung hier bedeutet. Okay, also entfernen wir jetzt dieses komische AS oder was da stand und jetzt funktioniert das Ganze wieder. An dieser Stelle habe ich nochmal ein kleines Beispiel für eine Anfrage, die noch ein Ticken komplexer ist. Und zwar geht es wieder darum, dass wir aus unserer Tabelle Customers Daten abfragen wollen. Wir sagen also wieder Select Stern From, From würde ich jetzt auch wieder groß schreiben, Customers. So, jetzt haben wir alle Daten. Und jetzt möchte ich dieses Where so abändern, dass ich entweder alle Daten aus USA kriege, wo die Postleitzahl mit einer 9 anfängt oder alle aus Mexiko, wo die Postleitzahl mit einer 0 anfängt. Also zwei verschiedene Abfragen, wo beide Sachen komplett anders ist. Und was man hier in diesem Fall braucht, ist eine sogenannte Klammerung. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, where in Klammern country gleich USA in Anführungszeichen and Postlecode like, wieder Anführungszeichen, soll anfangen mit einer 9 und danach irgendetwas anderes. So, wenn ich das hier ausführe, dann kriege ich schon mal alle aus USA, wo die Postleitzahl mit einer 9 anfängt. Und jetzt kann ich hier hinten ein or hinzufügen, also ein oder. Und jetzt kann ich hier eine weitere Abfrage einfügen. Das heißt, hier könnte ich jetzt sagen, country gleich Mexico and Postlecode like, Anführungszeichen. Und hier sage ich nun 0 und Prozent. Es soll also mit einer 0 anfangen. Führen wir das Ganze einmal aus. Hier habe ich noch Mexika geschrieben. Hier muss natürlich Mexiko stehen. Und wenn ich jetzt auf Run SQL drücke, dann sehen wir, dass hier nun auch die ganzen Einträge von Mexiko dabei sind. Ja, das heißt, wir haben jetzt USA und Mexiko. Und in Mexiko fangen die alle mit 0 an. Und in USA fangen die ganzen Dinger mit 9 an. Ich empfehle dir, solche komplexe Abfragen auch noch ein bisschen weiter zu machen. Zum Beispiel könntest du dir alle Leute raussuchen, die Maria heißen und in USA oder in Mexiko wohnen. Ja, also überleg dir ein paar Abfragen und trainier das Ganze einfach mal. Weil solche komplexen Abfragen wirst du auch in der Realität, im Berufsalltag häufiger mal brauchen. Wir haben ja nicht nur eine Tabelle, sondern wir haben mehrere Tabellen. So haben wir beispielsweise eine Tabelle, da sind all unsere Kunden drin. Und eine andere Tabelle, da sind all unsere Bestellungen drin. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Ausschnitt aus beiden Tabellen. Und jetzt stell dir einmal vor, dein Chef kommt zu dir und sagt, hey, wir brauchen alle Bestellungen, die Renate Messner gemacht hat. Dann kannst du natürlich jetzt irgendwie in deiner Tabelle nachgucken mit den Kunden und siehst, okay, Renate Messner hat die Kundennummer 44. Und nun gehst du in die andere Tabelle, wo die Bestellungen drin sind und suchst dort nach allen Bestellungen, die die Customer-ID 44 haben. Da müsstest du jetzt natürlich mehrere Abfragen hintereinander ausführen. Und das Ganze kann auch gerade, wenn solche Abfragen noch größer und noch komplexer werden, schnell nervig werden. Vor allen Dingen kommt so ein Fall ja nicht einmal vor, sondern das Ganze muss automatisiert werden und wird wahrscheinlich jeden Tag ausgeführt. Genau aus diesen Gründen macht es Sinn, neue Tabellen zu erstellen. Wir können nun eine Tabelle erstellen, wo zu jeder Bestellung beispielsweise noch der Name hinzugefügt wird oder wo zwei Tabellen einfach komplett kombiniert werden. Bei solchen Kombinationen wollen wir natürlich nicht alle möglichen Kombinationen haben, sondern wir nehmen beispielsweise unsere Tabelle mit den Bestellungen. Und bei dieser Tabelle ergänzen wir jetzt einfach alle Felder, die wir zu unseren Kundendaten haben, in die jeweilige Zeile. Das bedeutet, wir haben jetzt beispielsweise zwei Bestellungen von unserer Kunden mit der Customer-ID 44. In beiden Zeilen ergänzen wir nun die gesamte Reihe aus unserer Kundentabelle mit der Zeile 44. Das heißt, dort, wo in beiden Zeilen als Customer-ID 44 vorkommt, dort wollen wir dann die oberen Einträge noch dahinter hinzufügen und quasi beide Tabellen kombinieren. Man kann zwei Tabellen miteinander verbinden, indem man einen sogenannten Join verwendet. Das bedeutet, wir fragen jetzt nicht nur alle Bestellungen hier ab, so wie wir das Ganze hier nun schon machen, sondern wir sagen, dass wir diese Bestellungstabelle als unsere linke Tabelle bezeichnen. Und diese linke Tabelle wird nun mit einer rechten Tabelle kombiniert. Deswegen sage ich hier Left Join. Join steht immer für kombinieren. Warum sage ich jetzt hier Left Join? Ganz einfach, weil ich für jeden Eintrag aus meiner linken Tabelle, also aus der Tabelle Orders, noch ein paar Spalten hinzufügen möchte, und zwar alle Spalten aus unserer Tabelle Customers. Das heißt, ich sage jetzt hier Left Join Customers und kombiniere damit nun diese beiden Tabellen. Jetzt muss ich natürlich noch sagen, anhand von welchem Feld ich diese Tabellen kombinieren möchte. Und dafür muss ich hier jetzt noch schreiben On. Und ich möchte von Orders, also aus dieser Tabelle, die Customer-ID verbinden mit der Tabelle Customers.Customer-ID. Das heißt, ich muss hier nun wieder Customers schreiben, hier hinter Customers-ID und kombiniere nun aus dieser Customer-Tabelle das Feld Customer-ID mit meiner Order-Tabelle und hier das Feld Customer-ID. Das heißt, in beiden Tabellen gleich. Und weil wir wollen, dass diese beiden gleich sind, muss man hier hinterher noch so ein Gleichzeichen setzen. Das heißt, wir wählen nun unsere Tabelle Orders aus und kombinieren die mit unserer Tabelle Customers. Und zwar immer genau da, wo die Customer-ID, das heißt zum Beispiel diese Zahl hier, der Customer-ID aus unserer anderen Tabelle entspricht. Wenn wir das Ganze jetzt kombinieren, dann kommt hier unten so eine Riesentabelle raus. Und hier sehen wir nun, dass wir sehr, sehr viele Daten haben, mit denen wir auf jeden Fall schon mal deutlich mehr anfangen können. Wir haben hier nicht einfach nur plump die Bestellungs-ID und sowas, sondern wir haben dahinter auch den Namen, wir haben einen Kontaktnamen, wir haben die Adresse, die Stadt und so weiter. Und damit kann man jetzt schon mal deutlich mehr anfangen. Wir können nun beispielsweise herausfinden, wie viele Bestellungen in Helsinki gemacht wurden. Dafür kann ich jetzt das Ganze so wie vorher gelernt auch schon einfach einschränken und sage hier WHERE CITY gleich Helsinki. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann sehen wir, okay, es wurde nur eine Bestellung aus Helsinki getätigt. Wenn ich hier hingegen mal DRIT reinschreibe und das Ganze ausführe, sehen wir, dass dort schon etwas mehr Bestellungen getätigt wurden. Und wenn ich jetzt beispielsweise herausfinden möchte, wie viel unser Contact Name Renate Messner bestellt hat, dann schreibe ich hier einfach WHERE CONTACT NAME gleich Renate Messner. Und da findet man jetzt wirklich schon sehr, sehr viel raus. Wenn wir uns diese Orders-Tabelle hier angucken, dann wäre es doch sehr interessant, zusätzlich nochmal herauszufinden, was denn eigentlich bestellt wurde. Und deswegen wäre es natürlich irgendwie von Vorteil, von dieser Orders-Tabelle hier auf die Produkte zu kommen. Hier gibt es jetzt eine Product ID, Product Name, Supplier und so weiter. Und diese Product ID ist ja eindeutig das Ding, womit man hier eindeutig identifizieren kann, um welches Produkt es sich handelt. Das heißt, 1 ist dieses Produkt hier, 2 ist dieses Produkt und so weiter. Jetzt müssen wir also irgendwie auf diese Product ID schließen können von den Bestellungen. Und das Ganze, das klappt hier leider nicht, weil hier in den Orders, da ist keine ID vorhanden für die Produkte. Das heißt, wie sollen wir denn jetzt hier so einen Left Join machen? Dafür gibt es neben den Orders auch noch die Order Details. Da gibt es also immer eine Order ID und dann gibt es hier noch ganz, ganz viele Details zu jeder Bestellung. Wir sehen hier oben, dass es 518 Order Details gibt, aber nur 196 Orders. Das heißt, es gibt nochmal deutlich mehr Details, als es Bestellungen gibt. Und dementsprechend wollen wir jetzt erstmal nur zu diesen Orders alle Order Details bekommen. Das heißt, diese Order ID hier und die Order ID hier, die müssen irgendwie miteinander verbunden werden. Und das Ganze, du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht, gebe ich dir jetzt einmal als Aufgabe. Das heißt, du hältst dieses Video jetzt an und versuchst einmal die Order mit den Order Details zu verknüpfen. Bis gleich. So, wie du gemerkt hast, die Aufgabe war schon etwas anspruchsvoller. Wenn du es nicht geschafft hast, dann machen wir das Ganze jetzt einmal zusammen. Das heißt, ich wähle mir hier natürlich wieder unsere Orders aus und sage nun Left Join, weil ich natürlich nur für jede Order, also für alle 196 Einträge, einmal etwas herausfinden möchte aus Order Details. Das heißt, ich schreibe hier nun, dass ich das Ganze mit Order Details verbinden möchte. Und jetzt muss ich natürlich auch noch sagen, welches Feld ich verbinden möchte. Und deswegen schreibe ich hier on Order Details Punkt Order ID gleich Orders Punkt Order ID. Ob ich hier übrigens erst das schreibe oder erst das, also ob ich schreibe Orders Punkt Order ID gleich Order Details Punkt Order ID oder andersrum, das ist komplett egal. So, wenn ich das Ganze jetzt hier ausführe, dann haben wir nun eine Kombination aus allen möglichen Bestellungen mit allen Bestellungsdetails. Wir haben hier jetzt also 518 Ergebnisse. Und jetzt fragen wir uns vielleicht, okay, warum haben wir denn 518 Ergebnisse und nicht 196 Ergebnisse? Schließlich gibt es doch nur 196 Bestellungen und wir wollten für jede Bestellung die Order Details haben. Das liegt daran, dass eine Order ID in den Order Details, so wie man hier sieht, mehrfach vorkommt. Es gibt mehrere Einträge mit Details zu einer einzigen Bestellung. Und deswegen gibt es hier nun alle 518 Einträge. Und jetzt wollen wir aus diesen Bestelldetails natürlich noch wissen, welches Produkt bestellt wurde. Das heißt, wir müssen nun diese zwei Tabellen, die wir kombiniert haben, noch mit einer dritten Tabelle kombinieren. Das heißt, ich schreibe hier wieder Left Join, um unsere ganzen Einträge hier auf jeden Fall zu behalten und kombiniere das Ganze jetzt mit Products. So, und nachdem ich das Ganze gemacht habe, sage ich nun natürlich noch, welche Felder ich kombinieren möchte. Also schreibe ich wieder On und schreibe nun, dass ich Order Details Punkt Product ID, also dass ich das Feld Product ID aus der Tabelle Order Details verbinden möchte mit dem Feld Product ID, das heißt da genauso aus der Tabelle Products. Wenn du da unsicher bist, einfach nochmal auf Products draufdrücken. Vorher am besten diese komplexe Abfrage hier kopieren, damit man die nicht wieder neu tippen muss. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann sehe ich, dass ich nach wie vor 518 Einträge habe, dass ich aber zu all diesen Einträgen jetzt hier hinten noch alle Informationen aus der Products Tabelle hinzugefügt habe. Das bedeutet, ich habe jetzt hier auch den Preis des jeweiligen Produktes. Ich habe die Unit, ich habe hier die Category ID und so weiter. Product Name, also wirklich alles drin. Und damit kann man jetzt schon viel anfangen. Allerdings haben wir jetzt natürlich auch sehr, sehr viele verschiedene Informationen, die einen vielleicht auch etwas überfordern. Und genau deswegen kann man hier oben bei diesem Stern jetzt zum Beispiel auch wieder sagen, welche Felder man denn anzeigen möchte. Aktuell sagen wir, dass wir einfach alle Spalten anzeigen wollen durch diesen Stern hier. Jetzt können wir allerdings sagen, dass wir nicht hier oben einfach plump diesen Stern eingeben, um alle Spalten anzuzeigen, sondern dass wir hier zum Beispiel einfach Product Name eingeben. Dann hätten wir nur die Spalte Product Name und nichts anderes. Und so könnten wir jetzt einfach uns nur die Dinger raussuchen, die wir denn haben wollen. Das heißt zum Beispiel Product Name wollen wir haben, den Preis wollen wir haben, also geben wir den auch ein. Außerdem wollen wir vielleicht auch noch zum Beispiel das Datum haben, also welches Produkt bestellt wurde, an welchem Datum. Und dann wollen wir natürlich auch noch wissen, wie viel denn bestellt wurde, also Quantity. Okay, so und damit können wir jetzt schon mal sehr viel anfangen. Übrigens, man kann auch diese Tabellen hier noch weiter kombinieren, um beispielsweise auch noch herauszufinden, welcher Kunde denn jetzt zum Beispiel, abhängig vom Namen, welches Produkt bestellt hat und so weiter und so fort. Und nachdem wir das Ganze hier gemacht haben, sehen wir nun, okay, Order Date, Product Name, Quantity, Price. Ja, also wir wissen jetzt, es wurden zwölf Dinger zu jeweils 21 Dollar oder was das auch immer für eine Einheit ist, vielleicht auch Euro bestellt. Ja, hier steht das Produkt, was bestellt wurde und hier steht auch das Datum. Die Bestellungen liegen übrigens alle schon sehr, sehr lange in der Vergangenheit. Und wir können uns diese Ergebnisse natürlich auch in einer neuen Tabelle speichern. Manchmal macht es Sinn, hier rechts einfach eine neue Tabelle anzulegen und dort alles Mögliche reinzuspeichern, was wir so haben wollen. Ja, das heißt, wenn wir diese Ergebnisse jetzt länger aufbewahren wollen, dann können wir hier einfach eine neue Tabelle einfügen mit dem Befehl Create, neues Wort, Table. Nun der Name der Tabelle. Ich nenne das Ganze mal Product Orders und dann schreibe ich noch S. Und alles, was hinter diesem S steht, das ist nun, was in die Tabelle reinkommt. Das heißt, das ganze Ergebnis hier wird nun in die neu erstellte Tabelle, die wir hier erstellen, Product Orders eingefügt. Gut, ich führe das Ganze mal aus und hier unten steht, you have made changes to the database. Sieht schon ziemlich cool aus und wir sehen nun, dass hier eine neue Tabelle entstanden ist, rechts an der Seite Product Orders. Und dort ist nun alles drin, was wir eben erstellt haben. Also eine Tabelle, die wir jetzt permanent haben und mit der wir weiter arbeiten können. Dein Chef kommt zu dir und will noch deutlich mehr wissen. Er will beispielsweise wissen, wie viel Geld denn jetzt bei einer Bestellung ausgegeben wurde. Außerdem interessiert ihn natürlich, wie viel insgesamt bestellt wurde, wie viel Geld bei allen Bestellungen in einem Monat ausgegeben wurde und so weiter und so fort. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Abfragen noch ein bisschen komplexer formulieren, um es halt zu schaffen, auch noch deutlich mehr Insights über unsere Daten zu gewinnen. Und genau das Ganze schauen wir uns jetzt einmal an. Wir haben hier unser Beispiel von letztem Mal. Ja, wir haben bereits drei Tabellen miteinander kombiniert. Einmal Orders, einmal Order Details und einmal Products. Und daraus haben wir jetzt nur die Felder genommen, die wir dann brauchen und wissen jetzt, wir haben ein Datum, einen Produktnamen, eine Menge, die bestellt wurde, zu einem gewissen Preis. Wir wollen jetzt aber beispielsweise auch wissen, wie viel denn insgesamt in dieser Bestellung hier ausgegeben wurde. Und dementsprechend müssen wir natürlich nicht nur hier den einzelnen Preis für ein Produkt haben, sondern die Gesamtsumme, die hier ausgegeben wurde. Und dementsprechend müssen wir das Ganze natürlich ausrechnen. Und das Coole ist, dass man hier in diesem Select-Ding hier oben nicht nur einfach hier oben die Spalten angeben kann, die man hier haben möchte, sondern man kann auch weitere Spalten hinzufügen und hier sogar rechnen. Das heißt, ich könnte hier jetzt beispielsweise sagen, ich möchte eine weitere Spalte hinzufügen und die ist Quantity mal Price. Ich multipliziere also das hier mit dem hier. Wenn ich das Ganze ausführe, sehen wir, dass hier nun einfach eine neue Spalte entstanden ist. Die heißt Quantity mal Price, so wie ich es da oben reingeschrieben habe. Und es wird das Feld Quantity mit dem Feld Preis multipliziert. Und dadurch haben wir hier nochmal ein deutlich besseres Ergebnis, womit wir deutlich mehr anfangen können. Wenn ich das Ganze jetzt umbenennen möchte, weil ich hier nicht einfach möchte, dass hier Quantity mal Price steht, das ist ja ein bisschen unprofessionell, kann ich hier hinter auch noch ein S schreiben und kann nun hier sagen, wie ich das Ganze nennen möchte. Zum Beispiel Total. Wenn ich das wieder ausführe, dann sehen wir hier, dass hier oben nun einfach Total steht. Es wird also einfach hier oben das Ding umbenannt. Dein Chef möchte jetzt beispielsweise wissen, wie viel denn insgesamt verdient wurde im Jahr 1996. Das bedeutet, wir müssen nun natürlich von unseren Abfragen hier herausfinden, welche denn alle im Jahr 1996 gemacht wurde. Weil, wenn ich hier runtergehe, sehe ich, dass auch manche hier aus dem Jahr 1997 sind. Wir müssen also hier wieder filtern. Und wie wir etwas filtern, das wissen wir schon. Ja, das haben wir bereits gemacht und zwar mit dem Where Statement. Das heißt, ich schreibe jetzt hier Where und filtre nach Order Date. Und ich möchte jetzt, dass immer, wenn es mit dem hier, was ich nun markiert habe, anfängt, aufgenommen wird in unsere Tabelle und sonst nicht. Ja, das heißt, ich möchte hier jetzt nicht nach dem gesamten Datum filtern, also nicht sowas hier, sondern wir verwenden den, na, was war es nochmal? Like-Operator. Genau. Und hier hinter müssen wir jetzt ein Prozentzeichen schreiben, um zu sagen, dass wir hinter diesem 1996 und Minus und so noch ein bisschen mehr anzeigen wollen. Ja, also alles, was mit 1996 Minus anfängt und danach kommt dann noch irgendetwas anderes, das wollen wir anzeigen. Und haben wir jetzt auch gemacht und wir sehen hier, dass wir nur noch Einträge haben, die aus 1996 stammen. Jetzt wollen wir allerdings nicht einfach hier so alle Dinge haben, sondern wir wollen nun diesen Total, also dieses komplette Bestellvolumen von all unseren Bestellungen aufsummieren. Und das bedeutet, wir brauchen nun eine neue Funktionalität. Wie schaffen wir es in SQL, die Summe von all diesen Spalten hier oder von allen Zeilen aus der Spalte Total zu bilden? Das geht mit der sogenannten Summen-Funktion. Hier oben können wir jetzt statt Select Order Date und so weiter einfach nur schreiben, dass wir die Summe haben wollen. Also schreiben wir Select Sum auf und da steht jetzt Quantity mal Price drin. Und das Ganze bezeichnen wir so wie vorher als Total. Das können wir auch weglassen. Und nachdem wir das hier machen, wird nun aus allen Spalten, also aus dem gesamten Ergebnis, was in dem hier unten geliefert wird, einfach die Quantity mal den Preis für jede einzelne Zeile genommen. So, gucken wir, was da rauskommt. Und wir sehen hier, es wurden 283.000 Euro oder Dollar oder was das auch immer ist, Gewinn gemacht. Es gibt auch noch weitere Funktionen, die man hier oben aufrufen kann. Man kann beispielsweise AVG schreiben. Das steht für Average. Ja, das heißt, hier könnte ich jetzt schreiben als Average. Und wenn ich das jetzt einfüge, dann habe ich den Durchschnitt einer Bestellung. Und natürlich können wir hier auch mit Komma getrennt mehrere Sachen hintereinander schreiben. Das heißt, wir könnten hier schreiben Summe und könnten hier schreiben Total. Und wenn ich das jetzt so schreibe, haben wir zwei Spalten. Einmal die Gesamtbestellsumme und einmal die durchschnittliche Bestellsumme. Man kann hier auch noch Count verwenden, auch noch ganz interessant. Das heißt, ich würde hier einfach mal schreiben Count ganz am Anfang. Hier rein kann jetzt eigentlich irgendwas. Es ist egal, welche Spalte wir zählen, weil es ist ja immer gleich viel. Und hier würde ich jetzt einfach mal als Titel wählen. Und wenn ich das jetzt ausfülle, wissen wir, okay, es gab 405 Bestellungen im Jahr 1996. Davon wurden jetzt 283.000 Euro Umsatz generiert. Und durchschnittlich wurde in einer Bestellung für 698 Euro oder Dollar oder was auch immer das ist hier bestellt. Jetzt nehmen wir einmal an, wir haben unseren Jahresabschluss hier gespeichert. Das heißt, ich schreibe hier einmal Create Table Jahresabschluss 1996 S und speichere das Ganze. Dann haben wir jetzt hier eine neue Tabelle. Und vielleicht wollen wir Tabellen auch irgendwann mal wieder entweder löschen oder updaten. Fangen wir an mit dem Löschen. Das geht wirklich ganz einfach, aber es darf natürlich nicht ausgelassen werden. Und das macht man einfach mit dem Befehl Drop, neues Wort Table und dahinter der Name von der Tabelle, die gelöscht werden soll. Das bedeutet, wenn ich das hier eintippe, ja, kriegen wir auch keine Abfrage, ob das wirklich getan werden soll oder so. Zack, die Tabelle wurde hier einfach gelöscht auf der rechten Seite. Wenn ich auch den Webbrowser aktualisiere, ist die Tabelle immer noch weg. Das nächste, was auch noch wichtig ist, ist natürlich das Updaten von Feldern. Jetzt stellen wir uns einmal vor, Andrew hat geheiratet und hat jetzt einen anderen Nachnamen. Dann müssen wir diesen natürlich updaten. Und dafür müssen wir erst einmal sagen, welche Tabelle wir updaten wollen. Das heißt, ich schreibe Update Employees. Und nun muss ich sagen, was ich updaten möchte. Ich möchte beispielsweise mit Z sagen, dass ich Last Name updaten möchte zu, wie heißt er jetzt, Miller. Und im nächsten Schritt möchte ich jetzt natürlich noch sagen, welches Feld ich updaten möchte, weil ich möchte ja hier nicht alle Last Names aus meinen Mitarbeitern hier zu Miller ändern, sondern nur einen ganz bestimmten. Und deswegen brauche ich hier so wie sonst auch noch meinen Where und sage jetzt beispielsweise Where Employee ID. Diese ID ist immer das Allersicherste. Das ist der sogenannte Primary Key. Und da sagen wir jetzt Employee ID 2. An dieser Stelle schauen wir uns noch einmal an, was ein sogenannter Primary Key ist. Unsere Daten speichern wir ja immer in solch einer Tabelle. Neben Daten wie dem Namen, der Adresse, der Stadt oder der Postleitzahl haben wir ganz links allerdings auch immer diese Customer ID. Diese ID ist eine Zahl, die ganz eindeutig jeder Reihe zuzuweisen ist. Das heißt, die Reihe mit der Customer ID 1, die gibt es nur einmal. Die Reihe mit der Customer ID 2 gibt es auch nur einmal. Und das heißt, wenn ich sagen möchte, gib mir die Reihe 4, dann gibt es diese nur ein einziges Mal. Und die hat immer als Customer Name Around the Horn und als Contact Name Thomas Hardy. Jeder Eintrag in unserer Datenbank hat also immer einen ganz eindeutigen Schlüssel, womit wir den jeweiligen Eintrag in der Datenbank wiederfinden können. Und wenn ich jetzt das Ganze ausführe, steht hier, you made changes to the database, rose affected 1. Ich klicke wieder auf Employees und sehe, dass der liebe Herr jetzt Andrew Miller heißt. Und jetzt kommt natürlich noch die Preisfrage, was ist denn, wenn ich aus Versehen etwas geändert habe? Naja, dann hast du natürlich erst einmal Pech, weil SQL hat standardmäßig keinen Befehl, um das Ganze wieder rückgängig zu machen. Weil das Ganze allerdings häufiger passiert, ist es so, dass moderne Datenbanksysteme dafür natürlich einen Mechanismus eingeführt haben. Der ist jedoch bei jedem Datenbanksystem ein bisschen anders. Das heißt, je nachdem, ob du jetzt Oracle verwendest, ob du Microsoft verwendest, ob du MySQL verwendest, ob du MariaDB Postgres verwendest, ja, da ist der Mechanismus immer ein bisschen anders. Aber normalerweise gibt es in jeder dieser Datenbanksysteme eine Möglichkeit, das Ganze wieder einen Schritt rückgängig zu machen. Bei Oracle zum Beispiel ist es so, dass man solche Änderungen häufig auch noch committen muss. Das heißt, man macht eine Änderung grundsätzlich immer erst einmal auf einer Kopie und diese Kopie, die kann man dann abspeichern sozusagen und damit das Original überschreiben. Außerdem ist es natürlich so, dass gerade in großen Firmen oder wenn das Ganze professionell gemacht wird, häufiger natürlich das Ganze gebackupt wird. Das heißt, Tabellen werden regelmäßig gebackupt und irgendwo anders gespeichert und das würde ich auch jedem, der mit so einem Datenbanksystem mit wichtigen Daten arbeitet, auf jeden Fall empfehlen. Wichtig ist, informiere dich auf jeden Fall vorher, ob solch ein Sicherheitsmechanismus bei deinem Datenbanksystem existiert und ob dieser auch ganz sicher aktiviert ist. Mit dem Wissen, was du in diesem Video gelernt hast, bist du nun in der Lage, wirklich komplexe Abfragen auf Datenbanksystemen zu machen. Herzlichen Glückwunsch. Ich versichere dir, das Ganze wird dich in deiner Karriere und in deiner Arbeit sehr viel weiterbringen, wenn du das eine oder andere Mal mit Datenbanksystemen arbeiten musst. Wenn du jetzt sagst, okay, das hat dir mega Spaß gemacht und Programmieren ist echt cool für dich, ja, weil SQL ist Programmieren, dann schau dich doch gerne mal auf diesem Kanal hier um. Denn hier geht es um nichts anderes als um das Thema, wie man Programmieren lernt und das auf dem einfachsten Weg, der möglich ist. Also, wenn dich das interessiert, drück aufs Abo und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Mach's gut, dein Yunus.